Und dann Leute, ganz ehrlich, eine faltbare Brotbox. Ich war jetzt vier Monate auf Reisen und tatsächlich war es die erste längere Reise, die ich nicht mit meinem Riesen-Backpack angetreten bin, sondern nur mit diesem kleinen, aber feinen Handgepäckrucksbruch. Was für mich auf der Reise funktioniert hat und wann ich mit meinem Handgepäck auch gescheitert bin, darum geht es in diesem Video. Ich bin Dennis und ich freue mich, dass du den Weg zu diesem Kanal gefunden hast. Minimalistisch reisen, das ist für viele, die dem Kanal schon ein bisschen länger folgen, für mich natürlich ein spannendes Thema gewesen aus einer minimalistischen Perspektive. Das erste Mal einfach wirklich lightweight unterwegs zu sein. Weniger Stress, weniger schleppen, klingt doch erstmal nach einer feinen Sache, oder? Warum ich mit weniger Gepäck reise und was ich eigentlich eingepackt hatte, da kann sich mein erstes Video dazu hier oben noch einmal klicken. Wir kommen jetzt aber direkt zu dem Part, wie ist es gelaufen? Erstens Kosten. Am Schwanzen für mich sind eigentlich die Kosten, denn das war auch einer der Gründe, warum ich nur mit Handgepäck gereist bin, ist vor allem auch die Kosten zu sparen. Bei vielen Flügen muss man ja seinen Koffer noch dazu buchen und man kann günstiger fliegen, wenn man nur mit Handgepäck reist. Wie ist also die Bilanz? Also, am ersten Flug von Berlin nach Bangkok, da hat es tatsächlich hingehauen. Ich konnte um die 80 Euro sparen, weil ich dann kein Gepäck dazu buchen musste. Von Surat Thani nach Bangkok, das war dann, als wir im Süden vom Thailand waren, sind wir wieder hochgeflogen. Mit Air Asia, das hat ebenfalls hingehauen, keine zusätzlichen Kosten. Die meiste Zeit meiner Reise war ich dann mit Bus und Bahn unterwegs. Über den Landweg finde ich es einfach eine schöne Reangehensweise, man ist langsamer unterwegs. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, Slow Traveling, das könnt ihr hier oben nochmal einmal klicken. Von Vietnam, da musste ich leider dann fliegen, nach Japan. Wäre ich auch gerne mit dem Schiff gefahren, aber so viel Zeit hatte ich dann tatsächlich doch nicht. Falls jemand aber da einen Tipp hat, wie man mit Containerschiffen unterwegs sein kann, würde ich mich freuen. Gerne mal unten in den Kommentaren oder mir über Insta schreiben, fände ich interessant. Und dann Ho Chi Minh City nach Tokio. Hier lief tatsächlich auch alles gut. Am Schalter hat jedes Gepäckstück noch so eine Binde bekommen, das heißt durchgewunken. Ja, dann ging es zum Gate und ich wollte gerade zur Passagierbrücke schreiten, rein ins Flugzeug. Und dann ertönt ein Excuse me, Sir von hinten und ich dachte mir, okay. Und das war genau der Moment, in dem ich 50 Euro draufzahlen musste auf meinen 230 Euro teuren Flug. Das heißt, hier wurde die Kostenersparnis von den ersten Malen etwas verschmälert. Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, bin ich günstiger weggekommen. Bilanz, erstmal positiv. Zweitens, das Equipment. Ah, Freunde, genau. Das war mein Hauptrucksack während der Reise. Und ich muss sagen, war eine richtig geile Zeit. War eine richtig gute Zeit. Ich habe noch einen funktionierenden Rücken, der ist nicht kaputt. Ich finde, das ist der beste Indikator für einen guten Rucksack. Das Ding, da passt unheimlich viel rein, obwohl es eigentlich ein relativ kleiner Rucksack ist von der Größe. Aber in der, sagt man, Tiefe. Also von hier nach hier passt unheimlich viel rein. Und ich habe den Reißverschluss eigentlich immer zubekommen. Und ich finde, das ist etwas Besonderes bei Rucksacken. Denn die haben eigentlich immer die Schwierigkeit, dass man sie jedoch irgendwie nicht gut zubekommt, oder? Also zumindest bei Koffern ist es so. Und deswegen muss ich sagen, hat der Osprey mich richtig überzeugt. Ich werde auch nicht bezahlt, das hier mitzumachen. Ich habe den mir einfach gekauft. Das heißt, es ist wirklich eine ehrliche Empfehlung. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr den Osprey dann euch mal anschauen in Ruhe. Was mich hingegen enttäuscht hat, war mein Daypack. Ja, mit dem hatte ich so einige Schwierigkeiten. Tatsächlich dachte ich, ist das hier der Rucksack, mit dem ich mein Kameraequipment transportieren würde. Und ich hatte es auch die meiste Zeit da drin. Aber für längere Touren habe ich dann irgendwann angefangen, all das, was in meinem Osprey ist, hier reinzupacken. Und das Kameraequipment dann mitzunehmen für den Trail. Und auch den Osprey aufzusetzen für Daytrips. Und das hat mehrere Gründe. Hier hinten konnte man das ganze Laptopfach abmachen. Das ist eigentlich ganz praktisch, aber dann hast du hier kaum Polster. Und vor allem unten drückt das Ganze enorm in den unteren Rücken. Und also von der Passform super unbequem und super unpraktisch. Sieht ganz stylisch aus, aber ich glaube, das ist immer so bei diesen stylischen Rucksäcken, da wäre ich schon vorsichtig. Wenn du irgendwo einen Rucksack siehst, der stylisch ist, aufpassen, wenn du damit länger unterwegs sein willst. Sieht geil aus, aber oft nicht so komfortabel tatsächlich. Zudem haben mir hier auch kleine Taschen gefehlt und insgesamt war ich mit dem Setup einfach nicht so zufrieden. Da muss ich gucken, wie ich da zukünftig besser mit umgehe. Mit der Kombination aus großem Rucksack und Daypack. Wenn ihr da Empfehlungen zu habt, vielleicht auch für einen Kamerarucksack, super gern, wie immer unten in den Kommentaren. Schreibt gerne mal ein paar Empfehlungen rein. Ja, den würde ich leider nicht nochmal kaufen und werde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal benutzen. Kommen wir zur Packliste. Tatsächlich habe ich euch ja im letzten Video schon gezeigt, was ich eigentlich alles eingepackt habe. Und im Groben kann man sagen, ich habe so viele Klamotten eingepackt, dass es für eine Woche reicht. Jetzt kann man sagen, das ist ja relativ wenig. Aber es hat für mich tatsächlich die ganze Reise über super funktioniert. Also ich hatte sieben Paar Socken mit. Davon vor allem Sneaker, eher für die wärmeren Regionen. Muss ich sagen, musste ich mir noch ein paar warme Socken kaufen. Jetzt hier im Dezember in Japan ist es doch schon ein bisschen frischer. Aber insgesamt hat das gut funktioniert. Ich konnte immer einmal in der Woche Wäsche waschen. Dann war alles wieder sauber. Würde ich wieder so machen. Dann hatte ich mit insgesamt T-Shirts, auch ungefähr so fünf, sechs Stück. Hat auch perfekt gepasst. Waren genug. Und dann hatte ich nur diesen einen Pulli. Das war ein bisschen wenig auf Reisen, würde ich sagen. Vor allem jetzt gerade, wo es auch ein bisschen gelder geworden ist. Hier musste ich mir dann noch so eine Vliesjacke dazu kaufen. Das hat nicht ganz so gereicht. Aber hier auch wieder die 2020-Regel. Alles, was ich für 20 Euro im Umkreis von 20 Kilometern irgendwie kriegen kann, das würde ich jetzt nicht mitnehmen. Sondern das kann ich ja dann auch vor Ort nochmal kaufen. Und die Vliesjacke, die nehme ich dann natürlich auch mit nach Hause. Was mir gefehlt hat, muss ich sagen, waren Wanderschuhe. Wanderschuhe musste ich mir von einem Kollegen hier in Tokio tatsächlich dann leihen. Weil die hatte ich selber nicht mit. Und ich glaube, ich hätte schon die ein oder andere Wanderung auch in Südostasien mehr gemacht, hätte ich Wanderschuhe mitgenommen. Jetzt sind das natürlich ganz schöne Klopper. Da muss ich also noch überlegen, wie das zusammen mit der Handgepäckphilosophie, wie das zusammen funktioniert. Aber auch hier werde ich euch auf dem Laufenden halten, wenn ich da eine gute Lösung gefunden habe. Ganz ehrlich, eine faltbare Brotbox. Also das klingt ja erstmal vom Prinzip cool, breit auch erstmal nach Minimalismus. Oh, faltbar, kann man kleiner machen. Aber, ja, wisst ihr, wie oft ich sie benutzt habe? Genau, null. Würde ich nicht nochmal mitnehmen. Vielleicht liegt es auch daran, ich esse halt immer auf. Dann hatte ich noch mit dabei eine Powerbank. Weiß ich auch nicht, ob ich die nochmal mitnehmen würde. Eine Powerbank wiegt immer ein bisschen was und eigentlich kann man doch überall eigentlich laden. Und wenn man jetzt nicht für sieben Tage komplett in einer Prärie irgendwo unterwegs ist, sollte man es doch eigentlich auch mal hinkriegen, vielleicht auch mal ein, zwei Tage notfalls Social Media Detox zu machen. Vielleicht auch Handy Detox. Weiß ich nicht, ob ich es unbedingt nochmal mitnehmen würde in Powerbank. Ich glaube, das ist so ein Spezialfall. Schaut mal für euch selbst, ob ihr das wirklich braucht. Viertens, das Packvolumen. Wie viel oder wie wenig du mitnehmen kannst, hängt natürlich auch im Wesentlichen von dem Klima ab, das in dem Land herrscht, wo du hinreisen möchtest. Nach Thailand zum Beispiel, da braucht man als Mann wahrscheinlich einfach nur zwei, drei kurze Hosen, wenn überhaupt, ein paar T-Shirts, als Frau vielleicht ein paar Tops und Shorts und that's it. Das heißt, da braucht man keinen fetten Koffer mitnehmen. Wenn man aber zum Beispiel im kalten Sibirien unterwegs ist, dann braucht man wahrscheinlich dicke, dicken Anorak, Winterschuhe und all den ganzen Bums. Das wiegt natürlich ordentlich was. Klar gibt es jetzt auch hier Tricks, lightweight unterwegs zu sein, aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger als bei einer Thailand-Reise. Das muss man mal zugeben. Für mich ging es von Südostasien ja relativ spontan nach Japan. Ich war dementsprechend eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte auch keine Herbst- oder Wintersachen mit dabei. Und dementsprechend, was ich gemacht habe, manchmal war dann einfach zum Beispiel über diesen Pulli noch die Vliesjacke überzuziehen, die hatte ich mir noch gekauft. Oder auch verschiedene oder mehrere Schichten von T-Shirts dann irgendwann zu tragen. Das sind natürlich sehr provisorische Sachen, aber auch das kann mal funktionieren im Notfall. Also, Zeit für ein kleines Fazit. Insgesamt würde ich sagen, hat sich das Reisen mit dem Handgepäck als sehr angenehm herausgestellt. Ich habe vielleicht nicht die Kosten gespart, die ich mir eigentlich irgendwie erwartet hätte. Also es gab nicht so große Kostenersparnisse. Und die Kombination aus Daypack und Hauptrucksack, die hat mir noch nicht ganz so gefallen. Da werde ich auf jeden Fall noch nach besseren Lösungen suchen. Nichtsdestotrotz würde ich meine nächste Reise wieder mit Handgepäck antreten. Und ja, vielleicht sind ja für euch auch ein paar Inspirationen dabei gewesen. Wenn ihr jetzt nochmal so eine konkrete Packliste braucht, dann habe ich die euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt ihr zu einem Notion-Template. Das könnt ihr auch selber anpassen und optimieren. Vielleicht ist da ja noch was dabei, sodass ihr ja die nächste Reise vielleicht auch mal mit dem Handgepäck antreten könnt. Ansonsten freue ich mich sehr bald wieder, dich hier zu sehen auf meinem Kanal. Und sage bis ganz bald. Dein Dennis. Bis zum nächsten Mal.